Dies ist der Sterse in der Sowjet unter Zegersdorf. Entschuldigen Sie die Sterung. Wir liefern ideologisches Futter für die Revolution bequem zu Ihnen nach Hause. Heutiges Thema? Wie wehre ich mich gegen Argumentation vom rechten Trottel? Der rechte Trottel redet immer über Migration und AusländerInnen. Hat sonst kein Problem. Hier Modell politische Bildung. Das politische Spektrum. Wenn ein Rechter sagt, wir können sie doch nicht alle nehmen, oder? Dann sollst du nicht sagen, ja wir können sie nicht alle nehmen, geht ja der Staat kaputt und so. Aber wir können ein bisschen lieb sein, ein bisschen human, nennen es halt nicht konzentrieren wie der Kickl. Sagen wir halt Zentrum. Schau was passiert. Ja bist du depperart. Gudenus, Randy Wagner, Gunkel, alles dasselbe, Gatsch. Die Linke wird ihre Position nie halten, wenn sie sich eine Sorge macht um den Staat. Wenn Staat nicht geht ohne, dass Genoss ertrinkt im Mittelmeer, ein Genoss nix zu fressen hat in Heimat, man kann es nicht sagen, Staat ist super. Musst sagen, ich scheisse. Komm, trau dich doch drüber, über die politische Miete. Dies ist ein Glas Milch. Ich habe Honig eingegeben. Merksatz. Milch und Honig können erst dann für alle Menschen fließen, wenn wir auch links genug sind, das Gemisch auf der linken Seite zu gießen. Links ist lecker. Bis zum nächsten Mal.